Als Learning hilft mir im Unterricht, weil ich für meine Schülerinnen und Schüler passgenau Unterricht vorbereiten kann und wunderbar differenzieren kann. Weil wir hier an der Schule schon mit dem dynamischen Curriculum arbeiten und ich Inhalte miteinander verknüpfen kann und beispielsweise Gruppen mit Mathematik wunderbar zusammenbringen kann und das für die Schüler nicht nur inhaltlich, sondern auch kompetenzbasiert sichtbar machen kann. Auch eine Barrierefreiheit habe, ich kann durch das individuelle Vorbereiten jedem Schüler gerecht werden und ich kann wirklich passgenau das daraus suchen, was jeder braucht und das im Sinne der Inklusion. Und deswegen sind alle beteiligt und alle dabei und das ist ja auch genau das, was Inklusion will.